Hey Leute, mein Junggesellenabschied verlasse ich gerade hier vom Haus. So sieben Mädchen haben ihre Kolleginnen abgeholt, die hier zu heiraten und mit denen haben wir mal kurz gesprochen. Die fliegen nach Budapest zum Junggesellenabschied. Wie cool ist das denn? Ich werde so gerne mitgeflogen. Doch ich habe viel zu viel zu tun. Oh, meinst du, das bringt bestimmt richtig Spaß, bevor die euch nur erzählen. Na, mein Gott, ich gebe es selbst kurz. Oh, da denkt man sein Leben lang dran. Vor allem, wenn der wieder geschieden wird. So, goodbye. Oh. Gotta. fürs topped.